Aufgepasst beim Spielekauf. Heute geht's um die schlechtesten Ports aller Zeiten. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Retro-Clubs ist angesagt auf Rocket Beans TV mit moi, Gregoire. Darf ich wieder für euch sein und euch eine hoffentlich wunderbare Stunde. An Retro-Gaming-Unterhaltung wünschen. Ihr seht's, Retro-Club, da steht's hinten drauf. So heißt das Format, nicht in der Perspektive irren. Sonst zeigen wir immer daneben mit dem Daumen. Und ich hab's eingangs schon angekündigt, gleich werden wir uns um die schlechtesten Ports aller Zeiten kümmern. Oder zumindest schauen, was einen schlechten Port ausmacht. Bevor noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Natürlich, wenn ihr es in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen habt, so lange ist es nicht mehr hin, das Retro-Club-Buch erscheint. Das ABC, der Videospiel. Da, ab dem 21. Oktober wird's soweit sein. Ähm, ich bin fertig, ja, im Großen und Ganzen. So die letzten kleinen Sachen werden jetzt noch angepasst, dass es hoffentlich bald in den Druck gehen kann, wo wir das grade aufzeichnen. Ich bin sehr gespannt darauf. Bisher war der Zuspruch sehr groß, aber ihr habt ja auch noch nichts vom Inhalt gesehen. Deshalb hoffe ich mal, dass das alles auch euren Wünschen und euren Hoffnungen entspricht. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr es aufnehmen werdet. Aber zurück zum Thema der Sendung. Ports. Was ist ein Port? Ein Port ist eine Umsetzung eines Spiels von einer Plattform auf die andere. Wenn du nicht grade ein Hardware-Hersteller bist, der die Spiele wie Nintendo nur für die eigenen Plattformen macht, sondern auch verschiedene Systeme bedienen kannst, dann überlegst du dir natürlich, ja, ich bring das natürlich nicht nur für die Playstation raus, sondern das kommt natürlich auch auf Xbox und auf der Switch und so weiter. Und das war bei den damaligen Zeiten, wo es noch eine größere Vielfalt an Systemen gegeben hat und größere Unterschiede sogar vor allem noch. Immer so eine schwierige Frage, wenn man ein Spiel dann kauft für sein System, entspricht es auch der Vorstellung, die man hat. Weil es gab häufiger mal dann Diskrepanzen, was die Technik angeht. Manche Details konnten nicht mit rübergebracht werden. Es gab irgendwie Lizenz-Schwierigkeiten. Und nicht immer, wenn ihr ein Spiel beispielsweise aus der Spielhalle kanntet und sagt, oh, Afterburner, das ist cool, das nehm ich mal mit. Und dann packt ihr es zu Hause rein und sagt, äh, was ist das denn? Da wollen wir uns heute drum kümmern, um die schlechtesten Ports aller Zeiten und zumindest welche, ähm, die man dafür halten kann. Und wir lassen die erste Mats gerne mal laufen. Was macht einen schlechten Port aus? Es gibt viele unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel die Silent Hill HD Collection. Könnte man denken, coole Sache, Teil 2 und 3 noch mal neu aufgelegt. Allerdings die Version, die dem zugrunde lag, war nicht die finale Version, sodass die HD-Auflagen nicht ganz so cool gewesen sind. Resident Evil 4 auf dem PC beispielsweise hat zwei Versionen bekommen, weil die erste auf dem PC A, sehr niedrig aufgelöste Cutscenes gehabt hat und keine Maussteuerung auf dem PC, sodass einfach eine neuere für etliche Jahre später rausgebracht wurde. Das können auch Probleme eines schlechten Ports sein. Bayonetta, äh, kam damals auf der Xbox 360 erstmals raus und die PS3-Fassung hatte nur die Hälfte der Framerate. 30 statt 60 Frames, was auch zum Beispiel einen schlechten Port ausmacht. Wenn man die Möglichkeit, würde man also eher zum 360-Original greifen. Final Fight of the Super Nintendo wird da auch gern mal genannt. Da denkt man, oh, sieht doch gut aus und spielt sich gut. Aber als Beat'em up hatte es nicht den Zwei-Player-Modus oder den sogar Mehrspieler, wenn da noch mehr dran konnten, aus der Spielhalle mit reingepackt. Deshalb gilt es auch als einer der schlechten Ports. Und hier noch ein traditionelleres Beispiel. Pac-Man auf dem Atari 2600. So viel an Grafik zum Wegmachen gab's da nicht für die Heimumsetzung im Arcade-Original. Aber das Atari-Ding hat's geschafft. Dennoch eins meiner meistgespielten Games, muss ich sagen, trotz dieser Grütze-Version, die rausgekommen ist. Und ich glaub, daran kann man sehen, es gibt viele Gründe, die einen Port zu einem schlechten Port werden lassen. Und deshalb habe ich für die Show hier heute auch viele verschiedene Beispiele von allen möglichen Systemen auf andere Systeme dann vorbereitet, die verschiedenste Gründe haben, warum man sie einen schlechten Port dann nennen kann. Und lasst uns gleich mal mit einem sehr traditionellen Beispiel einsteigen. Wir lassen die nächste Mats laufen. Das, was ihr da seht, ist Hard Driven für die Spielhalle. Ein Automat von Atari, Ende der 80er rausgekommen. Das war eines der frühesten Games, die mit Aufwand Polygongrafik dargestellt haben. Also, ja, Polygone gab's auch schon mal früher, aber in dem Maße für ein Racing-Game mit der Geschwindigkeit. Atari hat super viel Geld da reingebuttert. Ich hab den sogar auch mal in Natura gespielt vor vielen, vielen Jahren. Kann ich mich erinnern, in einer Billardhalle in Hamburg ausgerechnet, ist der Automat gewesen. Das war sehr beeindruckend für jemanden Anfang der 90er, wo eben Polygongrafik in der Geschwindigkeit und in der Qualität noch nicht so gang und gäbe war. Und da kann man sich vorstellen, dass so ein Arcade-Hit natürlich auf die Plattformen der damaligen Zeit umgesetzt wird und das am Ende nicht so supergeil sein wird. Und von Hard Driven gibt es etliche Ports, die rausgekommen sind. Und ich denke, ich hab hier wahrscheinlich den mitunter schlechtesten für euch. Wir können aufs Ingame gerne draufgehen. Das ist die C64-Fassung von Hard Driven. Und hier seht ihr den Titelscreen. Geile C64-Mucke. Guck mal, schön detailliert und alles. Kann ja gar nicht mal so schlecht sein, oder? Gucken wir mal. Also, wir dürfen uns hier aussuchen. Ich lass mal die Automatik drin, damit ich nicht Gang schalten muss mit dem Joystick und einem Knopf. Und wir starten auf dem Stunt-Track. Ja, da fängst du schon mal an. Okay, ich fahr mal los. Ich fahr übrigens schon. Ja, natürlich. Und, Alter, das Auto auf der anderen Seite sieht immer so aus, als ob es direkt ... Okay, und jetzt brettet sie mich rein, oder? Da, es ist schon passiert. Ich kann nicht mal erzählen, ohne dass mir jemand an den Latz hier dran fährt. Also, ja, klar, der C64 war enormst untermotorisiert, um natürlich so ein Spiel wie Hard Driven darzustellen. Vor allem, weil das Besondere daran, ja, die Polygon-Darstellung war. Und Polygone an sich, das kannst du eigentlich im Großen und Ganzen auf dem C64 vergessen. Ich weiß noch nicht, also, sind das ... Wie wurde diese Grafik umgestellt? Sieht für mich eher nach Pixeloptik aus. Ich bin ja nicht der Experte in der Spieleprogrammierung, was das angeht. Es muss ja einen Grund geben, warum es jetzt diese blau-gelbe Grafik gibt, die nah an dieser 3D-Darstellung ist. Framerates kann man fast eher messen in Sekunden pro Frames, statt Frames pro Sekunde. Kann man sagen, okay, jetzt bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Und ja, man kann mit einer gewissen geringeren Framerate natürlich zurechtkommen. Da kann man auch mitrechnen. Fast alle Ports in den Heimbereich haben die Framerate dann runtergesetzt bekommen, dass du nicht deine flüssigen 20 oder 30 oder wie viel es dann gewesen sind in der Spielhalle hattest. Aber das hier, das ist so ein bisschen, ne, also stell dir vor, ihr habt das zum Geburtstag euch gewünscht, ne, weil ihr Harddriving den Automaten im Urlaub gesehen habt. Und gesagt habt, ey, okay, auf dem C64 nahe ich daheim. Ja, es wird nicht ganz so geil aussehen, aber wird vielleicht so ein bisschen was. Also, na, ich probiere mal. Ich gucke mal, ob ich mal über diese Brücke hier drüber komme. Und auch das alleine die Strecke hier halten, ist super schwer. So, da ist das ... Oh nein. Jetzt bin ich runtergekracht. Ja, ich glaube, es reicht auch, weil noch viel mehr von Harddriving auf dem C64 vertrage ich nicht. Aber das ist so ein sehr typisches Beispiel für so ein, ja, Downport, glaube ich, könnte man die nennen, eben wo. Das Ursprungsgerät war viel zu stark, um da noch ein adäquates Ergebnis zu machen. Es gibt beispielsweise auch ein Harddriving für den Gameboy, was zwar auch eine relativ niedrige Framerate hat, aber da hat man bewusster mit den Elementen gearbeitet, sodass er noch halbwegs spielbar geblieben ist. Und das C64-Ding ist leider schon eine Ausnahme. Da muss man nicht sagen, es gab sogar untermotorisierte Computer, die trotzdem ein besseres Ergebnis geliefert haben. Irgendwas ist da schiefgelaufen, ne? Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Manpower. Gesagt, hey, das reicht, die verkaufen das schon vom Namen her. Und deshalb, wenn ihr Harddriving interessiert seid und ein C64 habt, lasst es lieber. Das ist nicht so sinnvoll. Jetzt machen wir mal ein bisschen einen anderen Schritt von einer schwächeren auf eine eigentlich stärkere Plattform. Wir lassen die nächste Mats laufen. Und da seht ihr ein Klassiker, häufiger schon mal hier natürlich im Retro-Grupp behandelt. Castlevania 1 vom NES, natürlich eines der wichtigsten 8-Bit-Spiele, die rausgekommen sind, hat die große Serie ins Leben gerufen. Immer noch ein sehr gutes spielbares Game, wenn auch dann relativ knifflig. Und so ein Spiel wird natürlich auch auf die Heimcomputer geportet. Konami hat damals, glaube ich, aber relativ viel outgesourced. Die haben ihre Lizenzen ja eher dann an andere Firmen gegeben, die solche Spiele auf die Computer gepackt haben. Wissen noch vielleicht mit Grysor, was ja Contra, respektive Pro-Betector gewesen ist, was, glaube ich, von Ocean umgesetzt wurde. Wir können mal aufs Ingame gleich raufgehen. Denn was wir hier sehen, ist die Amiga-Fassung von Castlevania. Und da sagst du, okay, NES ist 8-Bit, Amiga ist 16-Bit, da geht noch was. Da kann man doch bestimmt was rausholen, selbst wenn es die simple Standardoptik ist. Ja, da sehen wir den Titelscreen. Castlevania Registered Trademark auf Konami, aber nicht von Konami gemacht, sondern, ich glaube, es ist Novo Trade, wir werden gleich nochmal den sehen. Da, Dracula Schloss wird angeblitzt und ein nackter Zauberer mit Shorts, den man kennt, erscheint. Und Converted by Novo Trade, ein Entwicklerteam aus, wo war's, aus Ungarn? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aus Europa, auf jeden Fall. 1990 rausgekommen, also etliche Jahre nach dem Original. Und ja, der Amiga, 16-Bit-Grafik eben, oder 16-Bit-Technik, das heißt, die Grafik kann ein Upgrade vertragen, die Musik und so weiter. Musik für dich auch nochmal da drauf zu achten, weil da hast du natürlich auch die ikonischen NES-Klänge. Das ist jetzt ein anderer Sound, den haben sie, glaube ich, extra für den Titel hier gemacht. Ich starte einmal. Und da hören wir, das ist das Castlevania-Theme. Ein paar Noten sind falsch, oder? Ja gut, es ist nah dran. Der Amiga hat einen guten Soundchip. Oder zumindest gute Soundfähigkeiten, aber draufgeschissen. Lass uns mal gucken, wie das Spiel ausschaut. Was man schon mal sagen kann, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden es auch gleich sehen. Der Detailgrad ist schon größer, aber irgendwann ist die Figur von Simon Bellman, die richtet sich schon ein bisschen nach dem 8-Bit-Original. Die Hintergründe scheinen ein bisschen detaillierter zu sein. Man hat es also wohl neu gezeichnet hier für das Ganze. Aber wenn ich mich jetzt hier bewege, ihr seht schon mal, wie abgehackt die Bewegungen von Simon sind. Steuerung muss dann natürlich angepasst werden. Ich kann immer auch mit meiner Peitsche hauen, springen durch Steuerkreuz oder den Joystick nach oben, hab die Erweiterung natürlich noch hier und Spezialwaffen durch gedrückt halten. Ja, weil man eh mit einem Knopf arbeiten muss. Also grundsätzlich würdest du sagen, es funktioniert schon irgendwie, aber es lässt sich schon mal nicht so supi an. Also dafür aber, achtet mal hier, weil ich kann es dir direkt zeigen, schön schräg gemacht, damit die Menüleiste noch mal ein bisschen, hier mit einem schrägen E noch mal ein bisschen cooler ausschaut. Ich geh mal rein ins Schloss. Die Gegner, die Zombies, die auftauchen. Wie interpretierst du die neu für Castlevania? Schau dir hören, was passiert denn da? Bugabuga, bugabuga. Also, es sind lakentragende Halloween-Darsteller, glaube ich, die sackhüpfend auf mich zukommen. Und dazu kommt noch, ich versuche hier gerade so ein bisschen zu bleiben, damit wir die hier sehen können. Timing-mäßig ist das arg schwierig, vor allem wegen der Hitboxen hier, also der Bereich, wo ich die Kollegen hier treffen kann, vernünftig das Timing zu machen. Und es ist vor allem auch eine recht hohe Geschwindigkeit. Also ich habe ja immer noch zum Glück die Energieleiste. Aber ich treffe nicht immer die Gegner. Sie sehen alle komisch aus. Die Spielbarkeit ist so ein bisschen wirr. Und du merkst schon, okay, die haben ihr eigenes Ding gemacht. Aber das ist vielleicht etwas, was nicht ganz der wirklich einwandfreien Spielbarkeit vom originalen Castlevania, das bewusst ja schwer gewesen ist, so richtig gerecht wird. Ich versuche mal noch mal ein bisschen weiter zu spielen hier. Weil im Grunde haben sie sich natürlich an die Konvention gehalten. Aber alles nicht ganz so richtig gemacht dann am Ende. So, gehen wir mal rüber. Und ja, es gibt noch weitere Computerumsetzungen. Ich habe mir eben speziell jetzt die Amiga-Version rausgesucht, weil die eben so weird ist. Ich persönlich würde die eben nicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Original zu spielen, nicht wirklich direkt empfehlen. Das ist so von wegen eins, okay, ich habe das System gerade. Und ich würde mir hoffen, dass da was Besseres gemacht ist. Aber man hat hier, glaube ich, die Möglichkeit nicht wirklich ausgeschöpft. So, die Merman hier, die Wassermänner. Ah, schön, hat er mich schön in die Suppe. Ins Wasser hier reingeschubst. Sehen alle auch aus wie haarlose Affen. So ein bisschen. Vielleicht ist es die Farbpalette, die nicht vernünftig angepasst werden konnte. Ach komm, gehen wir die Treppe runter hier. Nimm mal den One-Flash-Simon. Auch wenn du es gerade nicht brauchst. Aber ja, ja, als jemand, der eben sehr viel Castlevania im Original... Wieso habe ich jetzt daneben geschlagen? Jetzt klappt's. Okay. Der eben sehr viel Original-Castlevania gespielt hat, ist es sehr schwierig, hier das unter einen Hut zu bekommen. Vor allem, weil das auch eben so schnell geht. So, ich versuche mal durchzuhopsen. Duck dich. Oh, hat immerhin geklappt. Nein, nicht der. Geh mal hoch, geh mal hoch. Mal gucken, ob wir es zum Endboss schaffen. Weil so weit ist er jetzt nicht. So. Es sei denn, mich treffen dann auch all die Fledermäuse hier, die einfach aus dem Nichts auftauchen. Ja, und wenn ihr dementsprechend das originale Castlevania spielen wollt, nicht alle Computerumsetzungen der Darmling-Zeit sind natürlich schlecht, aber das hier, nee, lass mal lieber stecken. So, da haben wir die Fledermaus. Jetzt haben wir natürlich nicht die Axt geholt, um die wegzuhauen. Dann kriegen wir das hin. Schwierig wird's. Ja, das kriegen wir nicht hin. Doch, doch, nein, doch. Ja, fast. Wo schmeißt der mich raus? Am Anfang von dieser Stage, ne? Ja. Egal, es reicht auch. Also, es kann dann vielen Sachen mangeln, warum mein Port nicht so gelungen ist. Und Castlevania auf dem Amiga ist bei mir unter der Schublade merkwürdig dann drin. Wir machen mal wieder einen Vergleich Spielhalle auf Heimkonsolen. Da kann's auch sehr enorm sein. Wir lassen die nächste Mal's laufen. Was ihr hier seht, ist Artred Beast. Habe ich natürlich häufiger schon mal gezeigt. Ist ein Arcade-Klassiker von Sega, die natürlich das Spiel auch auf allen ihren Plattformen umgesetzt haben. Auf Mega Drive war es ja berühmterweise einer der Launch-Titel. Und es ist kein mega geiles Spiel, selbst im Arcade-Original. Für die damalige Zeit zwar beeindruckende Optik mit den Monster-Verwandlungen, so ein klassisches Beat-em-up dann. Allerdings, du musst dann auch immer gucken, wie viele Abstriche du machst. Und auch als eines der Arcade-Spiele der Zeit natürlich auf allen möglichen Plattformen umgesetzt. Inklusive dem NES, interessanterweise. Oder besser gesagt dem Famicom, weil in Japan ist diese Version rausgekommen, soweit ich weiß. Wir werden uns das gleich mit einer Fernübersetzung anschauen. Wir können aufs Ingame einmal draufgehen. Jouki heißt es im Original. Und ihr habt die Grafik noch ungefähr so im Kopf von der Matzea. Auf dem Mega Drive vernünftig umgesetzt. Selbst das Master-System, auch wenn es ein bisschen hakelig war, man hat es schon einigermaßen erkannt. Wie sieht es auf dem Famicom, auf dem NES aus? Rise from your grave? Nee, keine Sprachausgabe. Egal. Ja, ein bisschen kleiner, die Figuren. Ich meine, wenn du auch so ein großes Menü brauchst, dann nimmst du das natürlich... Oh, komm. Einmal verwandeln, ein bisschen mehr Muckis nochmal mit dazu. Ähm, ja. Das ist schon ein ziemliches Downgrade. Ne? Was die Technik angeht. Die Spielbarkeit, die war im Original auch nicht so geil, muss man sagen. Hier, es geht schon. Also dadurch, dass die Figuren so klein sind, vielleicht könnte man sagen, sogar spielbarkeitstechnisch kann man schon damit zurechtkommen. Ähm, weil ich treffe die Gegner, so, ich weiß, wann sie da sind. Na, komm. Aber, eine der wichtigen Sachen. Jetzt hab ich natürlich meine Monsterverwandlung. Die schöne Verwandlungssequenz ist nicht mal da. Also nicht mal das haben sie quasi, äh, reingepackt. Sehr viele Abstriche gemacht und, hm, ist auch so eine Sache, ne? Holst du dir das Spiel, weil du großer Altered Beast Fan gewesen bist in der Spielhalle und dann fehlen so ein paar der herausragenden Merkmale. Die gute Optik. Oh, warte mal, kommt da einer? Ja. Ja, lass mal gucken. Ah, ich kann sogar den Doppeljump machen. So, lass mich hier, lass mich hier hauen, damit es hier nochmal so weitergeht. Wir wollen jetzt zum Boss hier hin. Aber, das war so, es war ja mehr so ein, so ein, so ein Looker, kann man sagen, von der Grafik aus. Ja, ne? Also man hat ja in der Spielhalle gespielt, weil es so cool und spannend ausgesehen hat. Und weniger, weil die Spielbarkeit so geil gewesen ist. Und wenn der Part fehlt, die Verwandlungssequenz, hier natürlich um diesen großen Gegner darzustellen, muss die komplette Hintergrundgrafik aussehen. Geblendet werden. Ah, da komme ich eh nie zurecht damit. So, so. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Äh, hat er mich umgenietet? Egal, mal sehen. Ach, das, das mesche ich jetzt durch. So. Äh, und da würde ich eben auch sagen, Port-Technisch hat man bessere Alternativen. Würde ich wahrscheinlich am ehesten zur Mega-3-Fassung wirklich greifen. Wobei, in der Zwischenzeit ist es natürlich in ländlichen direkten Arcade-Umsetzungen erschienen. Wenn man überhaupt, Alfred Beast, sich da nochmal anschauen will. Und dann darf ich natürlich, ha, 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 da bin ich, ich großer Kopf. Ich schicke dich in die andere Welt, du Held. Und dann darfst du dort ein großer Bär werden, der wahrscheinlich nicht ganz so groß ist im zweiten Level. Aber auch das Gefühl, so ein paar gewisse, bisschen kreative Lizenz, auch das Level-Design her. Ja, so sah nicht die Welt aus im zweiten. Das ist so, so ein Wald oder so. Eigentlich war das so eine, so eine Höhle, in die man da unten langgegangen ist. Aber vielleicht gab es auch den Wald-Parts, ich weiß es auch nicht mehr genau. Kann sein, dass ich den komplett verdrängt habe. Aber ja, kreative Lizenz, die man sich nochmal dazu geholt hat. Das ist Alfred Beast nur vom Namen her. So, egal, es reicht. Weil noch ein weiterer Level, glaube ich, mit dem NES, Alfred Beast, schaffe ich auch nicht. Da können wir auch gern was anderes machen. Wurde ich gebissen. Äh, ja. Dann können wir auch gerne mal gleich zu den nächsten Spielen rüber. Oh, und Sega. Sega, 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 Sega. Wenn wir schon mal bei Sega sind. Ne? Wir lassen das nächste Mal laufen. Sega Rally. In der Arcade 94, in Japan erschienen 95. Im Rest der Welt. Ein Spiel, das ich insbesondere auf dem Sega Saturn gespielt habe. Und natürlich für die heutige Zeit, sagst du dir, da gibt's natürlich hübschere Rennspiele. Allerdings, das war schon eine grafische Offenbarung zu der damaligen Zeit, als es rausgekommen ist. Die Saturn-Version hat natürlich einige Abstriche gemacht. Es sah nicht so gut wie die Arcade-Fassung hier aus. Aber man muss sagen, es ist natürlich einiges an grafischer und spielerischer Brillanz, die dieses Spiel ausgemacht hat. Und dieses Game wurde tatsächlich viele Jahre nach dem Sega Saturn. Es gab auch eine PS2-Fassung, die die Arcade-Version dann noch mal mit als Bonus dabei gehabte von einem der Spielerinnen-Sieger-Rallye-Spiele. Aber das Original wurde noch mal in einer upgedateten Fassung für den Game Boy Advance rausgebracht. Und wir können aufs Ingame da einmal rauf. Und Game Boy Advance, denkt man jetzt so, hm, 3D-Rennspiel. Okay, was viele Leute gerne übersehen, der Game Boy Advance war ja ein 32-Bit-System, nicht 16-Bit. Auch wenn es so ein bisschen in die Nähe der Super-Nintendo-Grafie gehören. Und theoretisch könnte es einige Sachen mehr machen damit. Und es gab auch durchaus ein paar interessante 3D-Spiele, die nicht nur klassisch Mode 7-Style das gemacht haben. Und nicht nur eine flache Ebene Mario Kart oder F-Zero mäßig dann bewegt haben. Sondern auch mit Tönenunterschieden und alles. Und dann denkst du, okay, Sega Ready, wie wirst du das umgesetzt haben? Kleiner Disclaimer, wir werden jetzt natürlich auch hauptsächlich in den nächsten paar Games uns Handheld-Titel angucken. Die wir natürlich jetzt hier aufgebläht auf dem Fernseher zeigen. Das heißt, wenn ihr es auf dem kleinen Handheld spielt, werdet ihr noch mal ein bisschen was kaschieren können. An der technischen Qualität und an der Grafik. Und auch das Raster-Muster des Schirms, des Handhelds, hilft da auch noch mal ein bisschen, die Sachen hübscher aussehen zu lassen. Aber ihr werdet auch schon sehen, selbst auf dem kleinen Bildschirm, kommt das schon durch, das, was wir hier sehen können. Ich wähle mal den Toyota, wir nehmen mal die Automatik und wir starten einmal. Yo! Das Auto ist in der Mitte. Die Strecke drumherum hat eine Auflösung von 3x4 Pixeln oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Game by Advance natürlich auch. Die coole Musik von Sega Rally kann nicht 1 zu 1 umgesetzt werden. Der hatte ja eh keinen richtig dedizierten Soundschimpf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sondern musste alles vom Prozessor mitberechnet werden. Deshalb haben wir leider häufig immer diese rauschigen Klänge gehabt. Aber die 3D-Grafik, ja man hat versucht zumindest die Strecke vom Look her, vom Design halbfix zu erhalten. Die Autos haben noch den höchsten Detailgrad. Aber dafür seht ihr eben mega matschige Straßen mit einer sehr, sehr geringen Sichtweise. Zum Glück muss man sagen, dass trotz der technischen Güte hier, die Geschwindigkeit ist immerhin hoch. Das ist wohl der Grund dafür, dass du so wenig Details im Rest der Grafik hast. Und die Spielbarkeit ist tatsächlich auch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, eine gute Kontrolle über das Auto zu haben. Zumindest jetzt hier auf den Start drängen. Und kann mich hier gut da drüber jagen lassen. Aber es ist eben so eine Sache. Da kannst du auch sagen, du hast andere Beispiele. Und werden wir uns gleich nachher, also ich fahre noch ein, zwei Strecken. Ja, weil die ja eh so kurz sind. Wollen wir uns nochmal ein bisschen die anderen hier angucken. Ab der zweiten ist ein bisschen kreative Lizenz übrigens. Weil die haben schon wesentlich weniger Details, die zweite und dritte Strecke, als im Arcade Original und in der Saturn-Fassung. Auch die Musik ist hier, glaube ich, nicht mal angelehnt, weil die kommt mir recht unbekannt vor. Wir werden danach auch nochmal ein kleines Beispiel sehen, wie Game Boy Advance 3D-Rennspiele tatsächlich auch mal ein bisschen herausragender sein können. Immer den Möglichkeiten entsprechend, natürlich. Weil du kannst auch auf so einem System trotz 32 Bits keine absoluten Wunder erwarten. Aber trotzdem kann man noch einiges mehr rauskitzeln, als es jetzt Sega Rally gewesen ist. Ja, Sega hatte so eine Phase, da haben sie recht viel ihrer alten Games nochmal in Collections, in Neuauflagen. Auf dem GBA in anderen Versionen rausgebracht, in Reboots kann man quasi sagen. Es gab ja auch so ein Shinobi-Game für den GBA, was recht komisch gewesen ist, das nie wieder wirklich referenziert wurde dann später. Die Strecke hier zum Beispiel, wenn ich mich nicht komplett irre, wobei ich habe so viel Sega Rally gespielt, ich denke, ich erinnere mich nicht so richtig. Hier gab es einen Tunnel zum Beispiel, wo man durchgeht in dieser Strecke. Und der hier, entweder ist der ganz kurz, ganz klein irgendwo. Oder man hat gesagt, okay, wir können jetzt bei der geringen Weitsicht keinen Tunnel machen, der nochmal über dem Auto Strecke darstellt. Das kriegen wir nicht hin, also lass uns darauf verzichten. Und in der dritten Strecke gleich sollte eigentlich auch der Beginn in der Stadt sein. Und da dachte ich auch, oh, haben sie die ganzen Gebäude weggelassen? Ist das eine andere Stadt hier, wo man unterwegs ist? Was passiert hier? Nee, man sieht eine Handvoll Gebäude kurz vor Ende. Also das ist ja auch, spielen macht schon Spaß, ne? Aber da weiß ich auch nicht, ob ich da wirklich Bock habe, nach und nach neue Autos freizuschalten, die Zeiten zu verbessern. Immerhin, es ist so bei dem Spiel, dass du noch Motivation haben kannst, um da nochmal ein bisschen mehr was draus zu machen. Das ist der Stadtkurs hier, der normalerweise direkt in der Stadt anfängt. Aber hier sehen wir erst ein bisschen später, dein Gebäude. Es gibt motivationstechnisch nur so ein paar Sachen drin, dass du andere Autos freischalten kannst. Es gibt so ein paar kleine Bonus-Modi. Du kannst dir JPEGs-Bilder angucken mit dem Titelbild von der Arcade-Fassung, was du gegen Coins freischaltest, die du dann verdienst, indem du hier den Arcade-Modus mehrfach hintereinander durchmachst. Und so ein kleines Netz-Modium, da, da ist die Stadt kurz dargestellt. Weil ihr gesagt habt, okay, wir wollen nicht zu viel mit diesen blockigen Häusern hier anfangen. Aber immerhin, immerhin, sie haben sie reingetan. Kann man schon sagen. Und da, der Detailgrad ist da bei den Handvoll Leuten, die da stehen, plus der Bandenwerbung, die ab und zu mal auftaucht. So, erster Checkpoint. Das ist sowieso pro Strecke knapp eine Minute. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das im, ich glaube, im Arcade-Original und im Saturn kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber eventuell war das nur für die Saturn-Fassung gestrichen. Es gibt noch eine vierte Strecke jetzt hier dran, zumindest im Easy-Mode. Im Start-Mode. Ja, ganz easy ist es nicht. Aber es ist zum Glück angenehm zu fahren. Es gibt noch eine Strecke im Schnee. Die habe ich jetzt nicht auf dem Saturn groß gespielt. Oder ich war immer zu schlecht wahrscheinlich, um da hinzukommen, anstatt der Standard 3. Die haben sie immerhin hier noch beigepackt. Es kann ja durchaus sein, dass da nochmal ein bisschen mehr Sachen dazu kommen. Also sie bekommt schon ein bisschen was fürs Geld. Ich weiß noch nicht, ob ihr dann so viel Bock habt, diese Optik dann entsprechend auch auf einem kleinen Bildschirm genießen zu können. So, gehen wir ja nochmal durch. Finish. Reicht. Genug davon, ne? Ranked 4, da hätte man noch die letzte Strecke, die man machen kann, drauf geschissen. Könnt ihr euch gerne selbst davon überzeugen, wenn ihr trotz dieser Präsentation selber Bock habt, euch Sega Rally Championship auf dem GBA anzugucken. Und um das Gegenbeispiel einmal zu liefern, möchte ich einmal ein Rennspiel vom GBA zeigen, wo es ein bisschen anders aussieht. Wir lassen die nächste Mazda dann einmal laufen. Das hier ist wie Rally 3. Umgesetzt gab es natürlich damals zu PS2-Hera und andere Sachen. Schaut mal, der Vergleich alleine da auch eine polygonale Umgebung. Aber der Detailgrad ist um einiges höher. Das Ding ist flüssiger. Es gibt eine Cockpit-Perspektive, aus der man fahren kann. Ich glaube, bei Sega Rally hätte ich ja auch dazu schalten können. Aber hier natürlich nochmal mit Händen und allem drum und dran. Und das sieht aus, als ob es eher auf einem Nachfolger vom GBA rausgekommen wäre, wenn man es eben vergleicht. Hier maximal würde man sagen, vielleicht die Weitsicht wäre eventuell etwas, was noch verbesserungsfähig ist. Aber frameratechnisch, spieltechnisch ist das alles vollkommen normal. Es gibt eine Handvoll Spiele wie V-Rally 3, die auf dem GBA das gemacht haben. Ich glaube, auch Driver 3 müsste nicht so schlecht gewesen sein. Müsst ihr mir bei Zeiten auch nochmal anschauen hier für ein bestimmtes Thema im Retro-Club. Es geht schöner auf jeden Fall. Es liegt nicht nur am GBA, dass Sega Rally Championship so geworden ist. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Da sind wir wieder nach der kurzen Pause im Retro-Club. Enttäuschende schlechte Ports. Umsetzung von Systemen auf andere Systeme sind heute das Thema. Und wir haben schon einiges an nicht so geilen Sachen bisher gesehen. Komm, wenn wir Sega und Sega gesagt haben beim letzten Mal entspielen, lass uns doch noch einmal Sega sagen und wir gucken die nächste Mats an. Ein absoluter Klassiker. Ja, natürlich, hab ich schon häufig gezeigt. Eines meiner Lieblingsgames damals. Sonic the Hedgehog 1 vom Megadrive. Herausragende Spielbarkeit, tolle Musik, super ausbalanciertes Sprungverhalten. Ist heute immer noch genauso gut spielbar wie 1991, wie es rausgekommen ist. Wenn man denn die originale Megadrive-Version oder zumindest eine Adaption spielt, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, akkurat zu sein, flüssiges Scrolling zu haben, vernünftiges Sprungverhalten und so weiter, wenn man das denn machen würde. Es gibt eine Version, die ist berühmt-berüchtigt dafür, dass sie all diese Regeln so gut es geht missachtet oder zumindest es wohl viele Gründe gegeben hat, warum es so geworden ist. Wir können aufs Ingame drauf. Es ist auch hier leider für den Game Boy Advance. Und die Plattform kann eigentlich mehr. Es gab später tatsächlich sogar, weil dieser Port so notorisch schlecht gilt, ich bitte auch die Musik einmal gleich höher zu schalten oder ein bisschen lauter zu machen hier, weil die einfach auch nicht besonders schön klingt. Dieser Port ist so notorisch schlecht in vielen Belangen, dass die Fangemeinde das Spiel selber noch mal geportet hat auf dem GBA mit wesentlich besseren Ergebnissen. Es gibt hier verschiedene Modi, die man auswählen kann. Der Anniversary-Mode ist eigentlich im Grunde das Standardspiel, wie der Original-Mode, was das normale Megadrive-Spiel sein soll. Nur du kannst hier den Spin-Dash machen, das heißt dich ducken und dann Geschwindigkeit aufbauen. Das ging im ersten Song noch nicht. Ich mach den mal rein, das macht sonst keinen großen Nutscheat, aber ich will euch ein Feature einmal zeigen. Wir starten hier mal kurz. Und wir hören schon, die Musik ist nicht ganz so prall. Wenn ihr mal so ein bisschen auf die Grafik hier achtet. Was als erstes auffallen sollte, ist der Bildausschnitt. Dadurch, dass der GBA eine andere Auflösung hatte als das Megadrive. Der Bildausschnitt ist wesentlich näher dran. Da haben etliche Handheld-Umsetzungen von Jump'n'Runs dran gelitten. Auch ein bekanntes Beispiel Super Mario Bros. auf dem Game Boy, was eigentlich einen zu nahen Bildausschnitt hatte, sodass es ein bisschen schwierig hier ist, gerade mit der hohen Geschwindigkeit von Sonic abzuschätzen. Wenn ich den Level jetzt nicht kennen würde, hätte ich noch mehr Probleme gehabt, hier dann durchzujagen. Und noch mehr Probleme gehabt, da durchzujagen. Also, dass es bei der hohen Geschwindigkeit, die Sonic an den Tag legt, durchaus schwieriger werden kann. Es sind nicht nur die Soundeffekte eben, die hier sind, sondern ihr merkt auch ein bisschen das rucklige und hakelige Scrolling. Ja, das Bild bleibt hängen ab und zu. Was ihr nicht so direkt mitbekommt hier ist, weil ich da dran sitze, neben dem Haken, was häufiger mal in der Steuerung hier drin ist. Das Sprungverhalten von Sonic ist so ein bisschen komisch. Es wirkt so, als ob er etliches Gewicht mehr hat. Also, er springt nicht so leichtfüßig. Sagen wir es mal, Sonic hat ja eh ein ganz anderes Momentum gehabt, immer da, um dann durch die Gegend zu hopsen. Aber hier fühlt sich das noch mal wie so eine extra ... Oh, mal gucken, ob wir die Bonus-Runde hier schaffen. Nein, natürlich nicht. Bin mal gleich ins Goal reingesprungen. Kein Chaos-Diamant für uns. Es fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Und du hast immer so ein bisschen diese leichten Grafik-Aussetzer. Es ist kein Vergnügen. Es sind so viele Sachen, die zusammenkommen, inklusive des Sounds, der noch mal vorne dran steht. Und das zerhaut. Und es wird nicht besser im Laufe des Spiels. Auch hier, ihr seht eben immer diese Haarkler, die dazwischen sind, für ein Game eben, was auf flüssige Geschwindigkeit dann setzt. Es ist kein absolut angenehmes Ding. Um euch die Spin-Dashing-Sache mal hier zu verdeutlichen. Hier wäre es vielleicht ein guter Part, um das mal rauszubringen. Um Spin-Dashing zu machen, müsst ihr nach unten halten und dann den Sprung-Button drücken, um das hier anzustellen. Aber ihr habt vielleicht schon mal hier eine Sache gesehen. Sonic, damit ihr mehr Überblick habt, nach oben, das Steuerkreuz, könnt ihr ja ein bisschen die Grafik nach oben machen und nach unten, nach unten. Das heißt aber, jedes Mal, wenn ihr den Spin-Dash machen wollt, geht die Kamera auch nach unten, egal, ob ihr den machen wollt oder nicht. Also ist das vielleicht so eine, ich weiß ja nicht, ob es durch die Doppelt- oder Dreifachbelegung passiert ist. Immerhin, der Spin-Dash macht hier nicht so alles kaputt. Und deshalb haben sie den auch als Anniversary-Mode wohl hier reingetan, wobei es auch eine Option-in-Options-Menü dann, die hätte absolut gereicht. Da hätten wir es nicht einen extra Modus nennen müssen. Versuchen wir mal hier durchzuziehen. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Und das gilt eben als einer der notorisch misslungensten Ports dieses Spieles. Ich will zu Sonic eh noch mal in Zukunft noch mal ein bisschen was Konkreteres machen. Speziell, weil es davon auch, das passt zwar nicht ganz hier in diese Sendung, vielleicht ein ganz bisschen. Weil es gab einen inoffiziellen Port von Sonic auf das Super Nintendo, ja? Und es war sehr interessant zu sehen, also da haben auch Leute sich dann hingesetzt und gesagt, ist das technisch machbar, Sonic auf das Super Nintendo zu bringen mit der Geschwindigkeit und der Auflösung und der Musik und so weiter. Und das ist ein ganz interessantes Ergebnis, was da machbar gewesen ist. Und selbst hier präferabel als das, was wir hier haben. Genug. Genug von Sonic auf dem GBA. Oh, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Fighting-Game-Ecke. Und da gibt es auch einiges. Gerade so Ende der 80er, Anfang der 90er, dann ist Street Fighter 2, da werden wir uns auch gleich noch mal drum kümmern. Aber da kam sehr, sehr viel Fighting-Game-mäßig sowieso in dem Zeitraum raus. Und natürlich wird das auch im Heimbereich umgesetzt. Wie beispielsweise das nächste Game? Wir gucken auf die Matz. Das ist Pit Fighter von 1990 von Atari. Ihr seht, digitalisierte Figuren, quasi der Proto-Vorgänger von Mortal Kombat, kann man so ein bisschen sagen. Spielbarkeit, selbst verglichen mit Mortal Kombat, nicht ganz so gut. Ein Game, das notorisch auch in der Spielhalle außer der Grafik nicht so enorm viel zu bieten hatte. Und wenn man sich's heute anschaut, da kann das einem auch nicht so richtig hinterm Ofen hervorlocken. Ich hatte das Ding auf dem Megadrive damals und das ist eine genauso beschissene Version. Da dachte ich drüber nach, ob ich die hier vielleicht zeige. Aber dann hab ich eine gesehen und gesagt, okay, die verdient es vielleicht ein bisschen mehr, dann hier drin zu sein. Auch hier unter Vorbehalt, wir blähen das jetzt natürlich von dem Handcelt auf einen großen Fernseher auf. Das heißt, das würde nochmal alles ein bisschen kaschierter sein, wenn man's dann spielt. Wir gehen aufs Ingame drauf. Hier sehen wir Pit Fighter für den Atari links, nämlich. Da läuft's schon im Hintergrund ein bisschen. Klar, man wollte die digitalisierten Figuren natürlich auch so gut es geht dann runtersetzen. Aber du kannst natürlich mit Auflösung und Farbtiefe auf manchen Geräten nicht viel erreichen. Der Links hatte eigentlich eine ganz gute Technik für ein Handheld. Und es soll interessanterweise auch hier bei dieser Version, ist ja auch von Atari, alles quasi, der originale Code von der Spielhalle, wo wir hier direkt auf dem Links laufen, aber die Grafik hätt's natürlich nicht geschafft. Die hätte dann, wenn sie die 1 zu 1 versucht hätten, hier reinzutun, wahrscheinlich im Einframe alle paar Sekunden Bereich dann gelegen. Deshalb dieses Downgrade hier. Allerdings, wenn du ein Game hast, was von Haus aus eh nicht so geil spielbar ist, und dann der einzige Faktor, der es so ausgemacht hat, weg ist, wie die Grafik, und ich versuch den mal jetzt hier so zu hauen, dann bleibt nicht so ganz so viel davon übrig. Und nur um zu sagen, hey, ich hab auch Pitfighter daheim. Mega-3-Fassung, wie gesagt, die ist auch nicht so viel besser. Muss man auch hättliche Abstriche machen, wobei man dann schon natürlich ein bisschen mehr erkannt hat, als es jetzt hier ist. Gespielt haben sie sich alle, nicht so besonders supergeil. Es war eines der billigsten Spiele, die ich gekauft habe. Ich kann euch erinnern, dass ich Pitfighter ohne Verpackung im Kaufhaus in der Grabbeltonne dann gesehen habe. Aber es war nicht immer die Grabelkiste, sondern eine Tonne, wo einfach lose Module drin lagen. Und dann konntest du irgendwie für 2-3 Mark mitnehmen. Und dann sagst du dir, okay, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ich glaub, für die 2-3 Mark hab ich auch meinen Spielsplatz wieder rausbekommen mit Einmalspielen, oder wie lange ich es gemacht habe. Aber Pitfighter konnte mich nicht von sich überzeugen. Und das Ding hier, wie erwähnt, wenn ihr es auf dem kleinen Linksbildschirm seht, verschwimmt das alles natürlich nochmal so ein bisschen, so dass ihr Details erkennen mögt, die vielleicht nicht da sind. Dass ihr interpretiert und sagt, ja, das sieht doch fast genauso aus wie in der Spielhalle. Aber die matschige Grafik, die schlechte Spielbarkeit und alles. That's nothing. Leider nicht. Ich glaub, wir können hier raus, Regie. Weil ich hab nicht mal die Muße, den 2. Kampf hier fertig zu machen. Das tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Nicht, weil Pitfighter so ein geiles Spiel ist, aber weil's Pitfighter ist. Das muss man nicht allzu lange zeigen. Ich hatte Streetfighter kurz erwähnt. Und Streetfighter 2 hätte ich auch gerne hier gezeigt. Wobei, da gab es so viele verschiedene Ports. Und ich wollt jetzt nicht die halbe Sendung nur um Streetfighter 2 im Speziellen drehen lassen. Deshalb hab ich's mal kurz mit der Matz gemacht, die wir laufen lassen werden. Streetfighter 2 natürlich auch auf alle Systeme umgesetzt. Und da gab's viele verschiedene Qualitätsstufen. Hier sieht man zum Beispiel die Atari ST-Fassung. Wo du sagst, ja, grafisch geht das bis auf so ein bisschen Ruckeliges. Aber du musst auch sagen, die Steuerung. Du hast einen Joystick mit einem Knopf gehabt, statt den sechs Knöpfen, die eigentlich es hätte sein sollen. Und auf den Heimcomputer, das ist immer eine sehr schwierige Sache. Wenn's dann auch nicht mal mit der Grafik klappt, wie beim C64 hier. Das gilt als einer der schlechtesten Ports von Streetfighter 2. Wo du auch, okay, der C64 kann nicht so viel, aber er könnte mehr als das, würde ich sagen. So wie's hier ist. Und da können wir auf jeden Fall einiges umsetzen. Und dann die Spectrum-Version, wo ich dann auch erst gesagt hätte, ah, find ich die vielleicht schlechter als beim C64. Aber immerhin, ja, sehr überambitioniert. Aber der Detailgrad ist da verglichen mit dem C64. Also ich hab die bisher auch selbst nicht gespielt, deshalb kann ich nicht sagen, ob die Spielbarkeit funktioniert. Ich selbst hätte vielleicht auch noch die Gameboy-Fassung angeführt, mit der ich nie so richtig warm geworden bin. Weniger Charaktere, kleinere Steuerung und so weiter. Ihr seht auch die Framerate, nicht das gelbe Formal. Aber interessanterweise ist es eine Version, die auch durchaus als gelungen gilt mit den Abstrichen, die dabei sind. Weil die Spielbarkeit, sie bleibt einigermaßen erhalten auf dem Gameboy selbst, wenn die Framerate nicht so da ist. Aber man kriegt immerhin seine Special Moves hin und man kann schon kämpfen, trotz der weniger Charaktere. Ich persönlich tendiere eher zur Sache, zur Seite. Da gibt's bessere Beispiele für Fighting Games auf den Handhelds. Aber bevor ich mir den Zorn der Street Fighter 2 Gameboy-Fans hier zuziehe, dann lassen wir es mal lieber haben für's hier der Vollständigkeit halber einmal genannt. Fighting Games, Beat'em Ups. Nächstemals hatte ich hier das Spiel auch schon vor einiger Zeit nochmal in einer anderen Folge gezeigt, im anderen Kontext. Double Dragon in der Arcade 87 rausgekommen, natürlich auch eines der frühesten Beat'em Ups. Eines der Spiele, die ich in Griechenland zum Beispiel in der Spielhalle gezockt habe. Und ja, ne, Zwei-Player-Modus, großes Klopffest. Natürlich kann man einiges damit anstellen. Heutzutage ein bisschen von der Steuerung schwierig gealtert, finde ich. Aber ich hab's damals in der Arcades eigentlich immer sehr gerne gespielt. Und natürlich auch ein Game, was x-fach umgesetzt wird auf Systemen, die vielleicht ein bisschen so die Schwierigkeiten dann haben werden. Lass uns mal auf das System gehen, das ein bisschen die meisten Probleme mit Ports hat. Wo man seine Vorstellungskraft am ehesten einsetzen musste. Nämlich auf dem Atari 2600. Die Musik ist mal da. Das geht schon, ne? 1989, also zwei Jahre nach dem Arcade-Original rausgekommen, hatte man sich die Zeit gelassen. So. Ja, man muss die Erwartungen natürlich immer ein bisschen senken beim Atari 2600. Das konnte nicht so viel, das System. Da war's auch schon 1989. Da war's auch, wie alt? Zwölf Jahre, glaube ich, war die Konsole damals schon draußen. Das heißt also, man konnte als Entwickler schon halbwegs damit umgehen. Aber man muss sagen, Spiele, die dann so viel später als der Release der Hardware rausgekommen sind. Was wirst du damit nochmal anstellen? Ich starte. Das Ding bei dieser Version ist es. Die Musik ist da. Detailgrad hast du im Hintergrund. Da siehst du die Charaktere. Ich bin das Manneken links. Da sind die Kämpfer, äh, die Gegner rechts. Das Problem, was du hier hast, steuerungstechnisch. Ähm, oh Gott. Und ich versuche mal zu gucken, nicht, dass ich sofort sterbe, während ich hier versuche zu erklären. Also, ähm, auf dem Atari wart ihr natürlich angewiesen, ein Joystick und einen Knopf. Ne? Wenn ihr, ähm, angreifen wollt, ich muss den Knopf drücken und dann gleichzeitig in eine Richtung auf den Joystick machen, um verschiedene Attacken zu machen. Wie beispielsweise den Punch oder wenn ich nach oben mache, habe ich hier den Sprungkick. Ähm, die Sache ist es, oh, und ich habe tatsächlich mal einen Gegner hier besiegt. Die Gegner sind knallhart, ne? Weil die Hitboxen, wann sie mich treffen oder wann ich sie treffe, sind super knapp gesetzt. Das heißt, ich kann es nicht mir erlauben, mir mehr als einen Treffer geben zu lassen, weil sonst sind sie mir so voll auf den Fersen und hauen mich platt hier. Und du wirst so gnadenlos runtergemanscht von den Gegnern, dass du eben, äh, nicht wirklich vernünftig so klassisch im Beat im Abspaß haben kannst, ne? Okay, und jetzt habe ich dich hier in meinen Wecken gehauen, kann ich zum nächsten Bildschirm hier und so weiter so rein. Äh, und dann geht dir das mal wieder. Und dann geht die Sache wieder von vorne los. Das ist der Hintergrund auch des Beat im Abs, ne? Ewig gegen die gleichen Gegner kämpfen, aber dann müsste das eigentliche Kämpfen auch Spaß machen. Wenn ich versuche, nicht die ganze Zeit wegzulaufen und einen Treffer zu machen, passiert das sofort, ne? Also du wirst gnadenlos weggezimmernt. Vor allem, wenn dann zwei Gegner hier sind. Jetzt haben wir noch das Pech, dass ich hier in die, äh, Schlagschleife da reingekommen bin, wo die Gegner mich in der Mitte hier behaken, obwohl ich eindeutig dazwischen stehe. Aber es ist dem Spiel egal. Und schon ist der Game Over da. Immerhin tröstet mich die Musik. Aber ja, ähm, insbesondere hab ich das nochmal rausgesucht. Es gibt viele andere Beispiele auf dem Atari 2600, wo man nochmal von schlechten Ports sprechen kann. Manche auch den Umständen entsprechend seien trotzdem gut für die Plattform aus. Aber bei Double Dragon würde ich sagen, hört euch die Musik auf YouTube an vielleicht, ne? Wenn ihr Bock habt auf das Stream. Aber anders muss das jetzt nicht sein. Oh, das nächste freut mich. Das wird, äh, ein Spaß. Wir schauen uns die nächste Mats an. Und das ist natürlich der Ego-Shooter-Klassiker. Doom für den PC. Ja, flüssiges Ballern aus der Ego-Perspektive. Ein knalliger Heavy-Metal-Soundtrack. Inspiriert von, äh, vielen, äh, Mittelklassikern der damaligen Zeit. Oder besser gesagt, eins zu eins nachgemacht. Und natürlich auch Doom würde auf alle Systeme umgesetzt. Und da könnte man einige verschiedene Versionen hier zeigen. Die 3DO-Version ist beispielsweise recht berüchtigt für ihre sehr niedrige Framerate. Und den kleinen Bildausschnitt, den man machen kann. Ich möchte mich jetzt aber der, ähm, Sega Megadrive 32X-Version widmen. Also das Add-On, was es für das Megadrive gegeben hat. Die den Megadrive noch mal ein bisschen mehr Power verliehen hat. Um entsprechend bessere Grafik darzustellen. Und diese Version, ja, wir gehen noch mal aufs Ding. Geben drauf. It's Software 1994 rausgekommen. Ich bitte gleich im Speziellen, äh, das Spiel ist ein bisschen leise. Ich mach auch hier den Sound-Effekt, die Sound-Effekte einfach mal aus. Weil ich will mich auf die Musik konzentrieren. Da könnt ihr in der Regie gerne noch mal ein bisschen lauter schalten gleich, wenn's losgeht. Ähm, mir geht's im Speziellen um die Musik hier. Weil, wir starten mal hier kurz. Entering Level 1. Rein vom Spiel her. Okay, und da hört man's hier vielleicht schon ein bisschen. Also gerne die Musik schön laut reden bei der Regie. Äh, rein von der Spielbarkeit her, klar, man kann erwarten, dass der Detailgrad nicht so groß ist. Und du hast natürlich auf den Megadrive geringere, äh, Bewegungsmöglichkeiten, die du haben kannst. Ich hab bewusst jetzt einmal die Sound-Effekte ausgeschaltet, weil die überlaut sind. Äh, weil der Fokus hier, den will ich ihm speziell auf die Musik lenken, ne? Weil die Musik, das ist immer so ne Sache, ähm, auf dem Megadrive durch den, äh, Synth-basierten Sound-Chip. Warte mal, hier komm ich ja gar nicht durch. Andere Seite. Äh, auf dem Synth-basierten Sound-Chip, ähm, das ist ja so ne Hassliebe, die viele Leute damit haben, ne? Manche Soundtracks, wenn die darauf, äh, eingerichtet sind, die können sehr gut klingen auf dem Megadrive. Das Problem bei der 32X-Fassung von Doom ist es, dass es leider ein bisschen so in die andere Richtung gegangen ist. Und den knalligen Heavy-Metal-like Soundtrack eher wie Roboter-Fürze klingen lässt. Muss man, glaub ich, so knallhart sagen, ne? Also, es hört sich eher an, statt nach Doom, nach, ähm, ein Abend mit Bohnen im Roboter-Wohnheim. So ein bisschen. So, Tür, gehst du auf? Was war nochmal? Oder, oder war es nicht die Tür? Warte mal, wo konnte ich denn nochmal durch? Ah ja, hier, 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 hier. Das ist die richtige Tür. So. Ähm, und das Ding ist es eben, dass gerade die Musik von Doom 32X als notorisch eines der ehesten Beispiele dafür klingt, wenn man den Megadrive-Soundchip eben nicht mit den richtigen, äh, Sinti-Klängen dann ausstattet, ne? Und, ehrlich, ich kann's verstehen, es gibt viele Megadrive-Soundtracks, die ich abgöttisch, äh, schätze und liebe. Wo ich sagen kann, das hört sich richtig geil an, da haben sie richtig technomäßig was draus gemacht. Aber der Sound hier... Buh, 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 ist nicht so was. Die Spielbarkeit an sich kann man noch mit klarkommen, ne? Wenn ihr den Detailgrad, ähm, dann noch, äh, vertragt, also das hier ist eben alles ein bisschen pixeliger ausschaut, immerhin. Es ist halbwegs flüssig und, äh, die Steuerung, wie sie hier adaptiert ist, na, komm, geh mal auf hier, so. Die Steuerung, wie sie hier adaptiert ist, ist auch so eine Gewöhnungssache, vor allem, weil man, ähm, wenn ihr strafen wollt, müsst ihr eine Taste gedrückt halten. Zum Strafen, weil das Megadrive-Standardmäßig ja die drei Buttons gehabt hat, ähm, und, äh, also nicht mit L und R oder sowas strafen in der Standard-Einstellung, sondern ihr müsst eben den Button gedrückt haben, da muss man sich auch dran gewöhnen, aber es geht schon, das kann man schon machen. Musiktechnisch kann man's so ein bisschen weniger machen. So, Tür, gehst du auf, da ist der Exit, können wir mal in den ersten Level schaffen. Und ja, wenn ihr die Sound-Effekte noch mit anhabt, ich hab sie jetzt eben extra ausgemacht, damit wir die Musik ein bisschen lauter drehen können. Da geht's dem Roboter nochmal extra schlecht gerade. Ja, damit wir die Musik nochmal ein bisschen lauter drehen können, ähm, die sind extra laut gemacht, ich denk mal, damit man die Musik dann nicht so laut hören kann. Egal, es reicht, weil noch so viel mehr von dieser Doom-Version möchte ich nicht unbedingt sehen. Ähm, wenn ihr eine andere schlechte sehen wollt, schaut euch bei Gelegenheit mal ein bisschen was zur 3DO-Fassung an, wie gesagt, die ist nochmal notorisch für extra schlechte Framerate. Wobei es auch viele gute Beispiele natürlich von Doom gibt, aber wenig, was gegen die originale PC-Version rankommt. Und, lasst uns einmal ein bisschen Nintendo-Liebe nochmal hier geben, besser gesagt, eine Super Nintendo. Ähm, oder eine, äh, Ausgabe von einem Spiel, was auf dem Super Nintendo rausgekommen ist. Wir gucken uns das Original einmal an. Das hier ist Space Ace für die Arcade. In der Arcade rausgekommen 1984, hier sehen wir die PS3-Neuauflage, die nochmal neu abgetastet wurde. Also, das waren ja die Full-Motion-Videogames, die quasi, ja, richtig gezeichnete Zeichentrickfilme gewesen sind. Ähm, die, äh, dann, äh, wenn ihr gewisse Quicktime-Eingaben gemacht habt, konntet ihr entweder, äh, das Richtige machen, dann ging's weiter. Und wenn ihr das falsch gemacht habt, gab's eine von den vielen Todesequenzen. Ähm, war natürlich mitten im Niveau produziert, da man eh nur diese einzelnen Eingaben machen muss. Und dann von Laserdisc, das abgespielt wurde, konnte man natürlich den vollen Detailgrad eingehen. Da gab's ja vollgeistweise wenig Interaktivität. Äh, und sieht hier nochmal besser aus durch die neue Abtastung, die für die aktuellen Versionen gemacht wurde. Sowas kannst du natürlich sehr schwer auf eine Konsole bringen, die dann keine Videofähigkeiten hat. Da musst du dir so ein bisschen was überlegen. Und das kann in verschiedene Richtungen gehen. Und in die Richtung, in die es bei Space Ace auf dem Super Nintendo gegangen ist, Schwierig. Wie geht das Eingaben drauf? 1994 rauszukommen, also etliche Jahre nach dem Original. Ähm, umgesetzt von, was ist das? Absolute. Wollte sogar sagen EA, aber nee, EA sah anders aus. Absolute sind die anderen mit der Pyramide. Empire Software hier. Also, man hat versucht, das Quicktime-Gameplay mit so ein bisschen Jump'n'Run zu verbinden und alles in 2D-Optik darzustellen. Und man sagt, okay, das könnte ein Ansatz sein, ähm, der gegebenenfalls funktioniert, aber durch die Natur des Spieles, pfff, ich weiß doch nicht recht, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar Fans gibt, die diese Art von Spiel so gefällt, aber mich hat's relativ abgenervt, muss ich sagen. Wir starten mal. Wir sehen natürlich alles hier keine FMV-Grafik, die ist, sondern wenn ihr FMV in der Spielhalle gesehen habt, müsst ihr jetzt mit Pixel-Optik zurechtkommen. Das geht noch, ne? Da seht ihr, da kommt der Boss. Warte mal, wie musste ich hier? Äh, und dann das hier. Okay, ja, so genau rum, weil wenn ich einem, ich wollte gerade sagen, wenn ich einmal erwischt werde, gibt's eine irrelig aufgelöste Todessequenz und du darfst das komplette Ding wieder von vorne anfangen, weil es ist ja Trial and Error, bis du zum nächsten Level kommst. Und so ist das Spiel aufgebaut. Vor allem, wenn ihr anfangt und, äh, wenn ihr nicht richtig steht, so, warte mal, pff, scheiße, jetzt hab ich schon verrafft, ne? Mal sagen, ich hab zum Glück die Sequenz hier eingeübt, kann's aber sofort passieren, dass ihr herausgezimmert werdet. Und das ist so ein Ding, ich glaub, das hat mich ohne Safe-State enorm frustriert auf dem Super Nintendo. So, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Wo kommt der? Da oben. Das ist sehr aufpassen. Und hier, anders als bei der, äh, Arcade-Fassung. Oh, jetzt hab ich die Dinger natürlich berührt. Hätt ich nicht machen sollen. Lass mich gerade nicht da wieder von Anfang los anfangen, oder? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wurde das Spiel hier so aufgebaut. Wenn ihr, äh, die Arcade-Fassung richtig gut könnt, also auswendig kennt, solche Games sind natürlich darauf aus... Boah, holy shit. Fast hätte es mich erwischt. Wenn ihr die, äh, Games auswendig kennt in der Arcade, so ein Run-Through, wo ihr alles richtig macht, der ist super kurz. Der ist acht Minuten lang. Oder so. Ne? Versuch mich jetzt hier so ein bisschen zu konzentrieren. Okay. Energize. Ach, scheiße. Ich hätte hier noch was machen müssen, da hätte ich mich noch mal aufpowern können. Aber ich... Oh, na, verdammt. Ich bin's... Ah, ich hätte früher da drunter gehen müssen. Ich hätte noch was drücken müssen, da hätte ich mir noch mal aufgepowert und noch mal eine Zwischensequenz angemacht. Aber so darf ich noch mal wieder von vorne anfangen. Ach, Gott. Okay, probier's noch mal. Ah, nein. Ich hab noch ein Safe-State mir gemacht und ich lad den mal. Weil da sind wir schon ein bisschen weiter. Wenn wir den ersten Level nicht geschafft haben, kommt eine Flugsequenz und dann kommt man in den nächsten Level hier mit rein, wo man hier dann weitermachen muss. Ähm, es hat schon so ein bisschen was, ne? Ich finde, grafisch ist es durchaus... Sieht nicht schlecht aus für Super Nintendo, ne? Aber das eigentliche Spiel an sich, eben wo ihr mit dem geringsten Fehler das weghauen könnt, das ist so eine Sache von wegen, wenn euch auswendig lernen Spaß macht, dann könnt ihr das eventuell, wenn ihr wirklich ein Muster habt, das auch an dem Nachmittag alles auserzählt haben, was es ist. Aber die Frustgrenze ist enormst hoch. Na? Und ich hab noch den Game Over jetzt hier gekriegt. Mal kurz gucken, wo schmeißt du mich aus wieder ganz am Anfang? Level-Stats, Game Stats, Cosmic Clutch, Space Cabbage, total schlecht. Und ich darf wieder ganz von vorne anfangen, oder? Time Warps, ah, ne, ich darf zum Glück wieder warpen. Warte mal, ich geh da noch mal in den zweiten Level der Zwischenpart. Immerhin darf man dann in die einzelnen Sachen einsteigen. Das hier war Market Original nur eine kleine Sequenz. Hier hat man sich was Originäres ausgedacht, nämlich so eine Mode-7-Top-Down-Sequenz. Was auch keine schlechte Idee ist, wobei es hier auch durchaus knifflig wird. Man muss versuchen, zum richtigen Ausgang zu kommen und dabei nicht gegen die Wand zu aufzuklatschen. Immerhin ist das kein One-Hit-Kill hier. Das wär's nämlich noch mal gewesen. Aber da, was man dem Spiel zugutehalten kann, ist eben, dass sich zumindest technisch ein paar Sachen überlegt, wie man's auf den Super Nintendo umsetzen kann, ohne halbgare, handgezeichnete, große Sequenzen dann zu haben. Sondern es geht schon irgendwie, auch wenn es im Detail bei den Sterbesequenzen dann die Sparflamme rausgepackt hat. Ich weiß nicht, was es unbedingt gebraucht hätte. Habt ihr Space Ace in der Spielhalle gesehen und dann das Ding für schön viel Geld aus dem Kaufhaus mitgenommen und gesagt, geil, da würde ich wenigstens optisch mal richtig vom Leder ziehen? Dann passiert leider sowas hier. Es reicht genug auf davon. Auch ein Beispiel für einen Port, der leider nicht so gelungen ist. Natürlich gibt's noch viele weitere Ports. Und da bin ich auch gerne auf eure Meinung gespannt. Nicht nur zu den Spielen, die wir hier gesehen haben, sondern schreibt in die Comments unten gerne rein, was waren Ports, die euch persönlich enttäuscht haben? Hattet ihr mal so eine Art Fehlgriff, wo ihr ... Ach, ich kenn das Spiel, ich greife zu, ohne zu gucken. Und dann spiel ich's zu Hause und merke, hui, dat ist nicht dat, was ich unbedingt so kenne. Schreibt das gerne in die Comments unten mit rein. Dann können wir auch noch mal für eine folgende Folge mit dem Thema einmal sammeln und schauen, was passiert. Und ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, bevor wir heute dann aussteigen, denkt an die ganzen Social-Media-Sachen. Das Liken, das Abonnieren, hier, was man auch immer bei Instagram macht, heißt es auch liken, heißt es auch liken. Die Glocke, die Glocke läuten, das ist wichtig. Dann bekommt ihr auch mit, wenn mehrere Videos auftauchen. Und natürlich, falls ihr es noch nicht macht, gerne uns auch im Supporters Club unterstützen. Der macht es nämlich möglich, solche Programme wie die hier umzusetzen. Und für die Leute, die es schon machen, großen Dank. Dann können wir hoffentlich auch mit dem ganzen Schüssel hier weitermachen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, einen schönen Restmonat, je nachdem, wann ihr schaut und wie viel schöne Zeit ihr euch plant für die nächste Gelegenheit. Bleibt euch überlassen. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.